Eins! Yes! Seit langem wieder mal geklatscht! Zusammen, meine Bestne! Ja, Brudi! Muss sein! Hi! Ich bin's Pato! Ich bin's Jenner! Ja! Lange ist her, meine Bestne! Wir befinden uns bei einem... FIFA 18, ach so, ja, FIFA 18 genau! Squad Builder Battle mit... Ach so, warte, ich bin's schon gar nicht mehr gewohnt, Leute! Ich hab's schon so lange nicht mehr aufgenommen! Aber Jenner ist wieder da! Grüß mal alle, Jenner! Nö! Hi, hallo da draußen! Was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, bist ja im Fernsehen! Nein, also, willkommen! Ich bin froh, dass du wieder hier bist, Habibi! Danke für die Einladung, Habibi! Kein Ding! Wir machen heute einen ganz motivierten Squad Builder Battle um Rekordbreaker Martinez! Und sorry, Leute! Es ist gerade sehr, sehr spät! Ich bin voller Energydrink! Und Shenya Volk 3! Ach so, die 3 ist schon weg, ne? Drei! Versoffen, versoffen! Drei ist weg! Okay, sorry, bra! Auf jeden Fall sind wir beide sehr, sehr gut gelohnt! Daumen nach oben! Auf jeden Fall! Ja! Was machen wir? Wir machen SBB! Ah ja! Zum dritten Mal! Drei! Drei, genau! Okay! Nein, meine Besten! Ich habe gedacht, wir tun sich wieder mal hier zusammen in einer kleinen Runde! Ich liebe diesen Spieler! Wer mit mir den Weekend Extreme geguckt hat, er war Supersap! 17 Spiele, 20 Tore, 8 Vorlagen! Ich habe mich nicht lumpen lassen! Ich habe mir den Wolf im Schafpelz hierher geholt! Und ja, jetzt ziehen wir durch, oder? Ich würde sagen, let's go! Hast du noch was zu sagen? Viel Spaß! Danke! Haltest du! Und sei nicht so gemein zu mir beim Abstoßen! Okay! Wir haben uns schon vorher natürlich abgesprochen, meine Besten! Also, wenn was diskartet wird, dann nur Bronze Spieler! Ja! Und! Willst du reinhalten, oder soll ich reinhalten? Ja, ich kann reinhalten! Du willst reinhalten? Okay! Bist du schon am reinhalten? Immer! Ich mache 4-4-2 die zweite! Xenia macht dann die 4-4-2! Beide nehmen Stürmer und Recht das Mittelfeld! Ich habe mich entschieden! Für wen habe ich mich denn entschieden? Für eine Futi-Karte, mein Bester! Im Sturm oder im Rechenmitteln? Im Sturm! Sturm! Futi Rashford! Ja! Du hast nämlich aufgeschrieben Alessandrini! Ja, ist richtig! Da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe Savarino genommen! In Form 77! Dass man das jetzt noch sieht! Ende von FIFA 18! Einen 77 in Form! Applaus! Applaus! Applaus in die Kommentare, bitte! Meine Besten! Sehr gut! Geil! Wem hast du gefischt? Ich habe Alessandrini und Giubinko aufgeschrieben! Oh! Gut Job! Gut Job! Geil! Ich war sehr unentschlossen! Das muss ich jetzt schon sagen! Das sind ein paar Namen durchgestrichen! Einfach probieren wir mal! Okay! Okay! Ja! Ich habe ja eigentlich relativ einen guten Verein! Warte! Ich muss erstmal kurz meine Liste hier aufmachen! Passt du! Ah! Geil! Warte! Ich muss erstmal meinen Verein suchen! So! Hier ist mein Verein! Nein! Und zwar! Ich würde mal im Sturm mit meinem Panzer anfangen! Pachua! Nein! Mein Panzer! Mein russischer Panzer! Artem Chuba! Ah! Okay! Krass! Und rechts! Könntest du darauf kommen? Ist eine normale Karte in meinem Verein! Willia Alba! Was? Willia Alba oder so! Hector! Wer ist das? Wen hast du? Du traust dich echt? Jetzt noch eine normale Karte zu spielen! Ich muss! Ich brauche ihn! Leute! Skandal! Skandal! David Willer Festival der Football und Savarino habe ich ebenfalls aufgeschrieben! Ich weiß nicht, wie man denn schreibt! Willi? Aber jetzt mal so Butter bei der Fischer, ne? Hm? Wie soll denn Martinez bei dir auf Full Cam kommen? Bruder! Lass das Meer übrig! Ah! Ja! Gut, stimmt! Ja! Ich sehe schon den Spieler! Alles gut! Grüner Link, oder? Ja, ja! Hast du gesehen? Ja, habe ich! Ja? Okay! Was? Ja, aber du brauchst einen Perfect Link, ne? Bruder! Beruhig dich! Ich habe alles im Griff! Okay! Nimmst du zwei, Martinez! Hahahaha! Ja, klar! Ja, da bin ich mal gespannt, wie du da auf Full Cam kommen willst, Bruder! Bist du gespannt wie ein Bogen oder bist du nur gespannt gespannt? Ich bin gespannt wie eine Fletsche-Borge! Hahaha! Aber Bruder, wie soll denn das funktionieren? Ja! Wirst du sehen, Bruder! Welche Spieler gibt's denn da? Gibt's denn da eine Icon? Venezuela? Gibt's doch keine Icon! Ist das doch... Ist das Kolumbien oder Venezuela? Das ist Venezuela! Alter, krass! Bin ich jetzt bescheuert, oder was? Mein Bester, er braucht nur noch einen gelben Link! Warum? Weil er nur einen roten Link bekommt! Ich habe schon einen grünen Link! Brauchst du... Brauchst du... Brauchst du... Über wen hat er denn einen grünen Link? Na, über meinen rechten Mittelfeldspieler! Über Salah! Hä? Du hast doch Salah gesagt! Savarino! Savarino! Oh, sag ich! Und ich habe Salah aufgestellt und ich denke... Was ist das denn? Das geht doch gar nicht! Ist jetzt nicht passiert! Doch! Ich hatte Salah! Ich so... Wie kommt denn der da? Und ich suche und suche... Das darfst du eigentlich gar keinen erzählen! Ich schneide es trotzdem rein! Ja, kannst du machen! Ey! Ich habe mir gerade zu den Kopf zerbrochen! Ich habe hier... Alter, ich drehe mal die Cam! Guck mal! Hier habe ich komplett Atlanta genommen! Und guck! Wie kommt der auf Full Cam? Ja, so... Hallo Freunde! Wir sind zurück! So, meine Freunde! Wir sind zurück! Und ich mache mal kurz mein Kabel hier ab! Ich fange an jetzt mit den ersten Positionen... Ah, Scheiße! Ich halte rein, oder? Ja, du... Ah, ja! Ich dachte... Oh mein Gott! Egal, Leute! Egal! Vergiss es! Okay! Alter, tut es echt weh! Es öffnet! Oh mein Gott! Leute, ja... Egal! Weiter geht's! So, warte! Ich muss kurz mein TV eröffnen! Ah, nee! So! Also, es könnte natürlich sein, dass du jetzt die Spieler hast, weil natürlich muss ich ja in der Liga bleiben! Es gibt ja Möglichkeiten Schartorf und Schießmichttot! Und ich wollte unbedingt mal den Cherychev ausprobieren! Linkes Mittelfeld! Ich denke mal, den hast du! So, Cherychev! Und rechts daneben, den hast du hundertprozentig! Das ist der gewechselte Russe zu Monaco! Das ist Alexander Golovin! Oh! Okay! Ja, wen hast du... Achso! Achso! Es geht ja noch weiter! Ja! Und... Warte! Und dann habe ich noch eine Icon! Man kennt ihn! Den hast du bestimmt auch! Ich schwöre, du hast alle gesnipet! Das ist... Emanuel Petit! Alter! Ich habe mich, als ich überlegt habe, Petit oder Raikard! Ja! Und ich habe mir eingebildet, dass du Petit schon abstoßen musstest irgendwo, irgendwann! Gott sei Dank ist Petit da! Oder war das nicht Raikard? Raikard muss ich auch nicht! Raikard habe ich nicht abstoßen! Musstest du noch nicht? Nein! Alter! Schade! Und bei links Mittelfeld warst du richtig! Richtig! Ich habe mich für Schartoff nicht entschieden! Oh nein! Schere Chef! Ja! Ich habe Golovin genommen! Oh doch! Okay! Torwart ZM! Torwart ZM, ja! ZM! Ja, genau! Bescheid! Toll! 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 Ganz toll! Ich sollte nicht zu früh lachen! Jetzt bin ich gespannt, was du hast! Ja, dann hau mal raus! Haltest du schon rein? Yes! Alter, wenn du den linken Mittelfeld erwischst, du nötig dir im nächsten Stream 50 Euro! So, warte mal kurz! Ich muss den nochmal ändern! Welche Nation hast du linkes Mittelfeld? Äh... Chilenische! Was? Chile! Chile! Alter, du hast Alexis Sanchez genommen, ne? Ich weiß es nicht! Sag doch! Ich habe mich für Cezinion entschieden! Cezinion! Okay! Ich glaube Young Player of the Year ist das! Ja, ja! ZM! Welche Nation hast du genommen? Deutsche! Alli! Das gibt's doch gar nicht! Ich verarsch dich die ganze Zeit, ne? Rechtes... Rechtes ZM! Welche Nation? Ja, Frankreich! Los Petits! Ich hatte gerade so einen Schiss! Die Eiken ist Matthäus! Nein! Das gibt's doch nicht! Wem hast du? Sanchez? Nein! Ich habe aufgeschrieben Petit, Mathial, Bakayoko! Oiii! Die Sau, ey! Sehr geil! Du hast mich gerade so erschrocken in Deutschland! Muss ich schon zugeben! Muss ich echt zugeben! Linksverteidiger habe ich Angst, mein Bester! Ach! Aber ich habe mir gedacht, diese Karte wirst du wahrscheinlich noch nie als Gegner gehabt haben! Ashley Cole, Festival Football! Ja! Rechter Verteidiger! Eine Weekend League! Also eine Food Champions Karte! Team of the Season! Kimmich! 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 Okay, hätte ich niemals gedacht, dass du auf Kimmich stehst! Aber ja, Cole muss leider weg! Nee! Bruder! Nee! Bruder, der muss weg! Bruder! Der kann fliegen! Weiter! Machst du uns Spaß? Nein, ich schwöre! Ich habe Cole und Walker aufgeschrieben! Weil ich auch Cole extrem feiere wie Evra! Und da dachte ich mir so, na vielleicht nimmt er doch Cole! Ich hätte jeden Engländer reinstanden! Ich hätte wirklich! Beim besten Willen! Das ist einer der wenigen gewesen, wo ich mir gedacht habe, der ist safe! Ja! Torwart oder? Ja, Torwart! Bitte! Okay! Und rechts ist Walker, ne? Rechts ist Walker, ja! Uh! Okay! Boah! Belastend! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ich halte schon mal! Okay! Ach Gott! Ich habe so Schiss! Wir fangen mal rechts an! Den hast du nicht! Den habe ich selber nicht! So! Das ist... Der nennt sich Kleiber! Was? Ja! Kleiber ist ein Informs! Brasilianer! Nein! Es ist kein Brasilianer! Es ist ein Holländer! Und links daneben habe ich... Na wo ist er? Futicato! Futicato? Ja Futicato! Lukaku! Stark! Den hast du, ne? Nein! Puh! Der verratet aber so viel beide! Aber ich bin gespannt! Ja! Werden wir sehen! Werden wir sehen! Du bestimmt Hernandez! Jetzt ist echt die Frage, was deine Beerdigung wird oder ob ich einfach nur dumm bin! Ja! Ich halte rein! Okay! Wir fangen... Ich bin so dämlich, Jungs! Ich... Ich verstehe nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe! Also es sind auf jeden Fall alle drei Holländer! Alle drei! Okay! Und Lukaku ist Linksverteidiger, ne? Ja! Oder gibt es noch einen von Lazio? Ja, De Vrij! Das war so dämlich! Das war... Den hast du, ja? Den brauch ich nicht aufstellen! Ja! Okay, dann... Darf ich für dich aufstellen? Ja! Rechtsverteidiger und drei Karts! Da geht nur Delikt! Delikt? Ja! Torwart ist so jetzt! Oder Silesen! Äh... Ist Silesen! Den Torwart hast du behalten? Nein! Aber die Verteidiger ist weggehauen! Gut! Dein Rechtsverteidiger... Also beide Außenverteidiger haben so heftig verraten! Ja! Ich weiß nicht warum! Weil ich hatte komplett anders... Egal! Komm! Passt! Passt Bruder! Aber... Du hast noch eine Chance auf meinen rechten Innenverteidiger! Ja! Teilweise! Ich weiß nicht! Es gibt glaube ich nur drei! Gibt's nicht! Es gibt glaube ich sogar mehr! Deutsche halt! Allgemein Deutsche! Allgemein Deutsche! Ich mach den gleich! Den rechten Innenverteidiger! Ja! Machen wir! Ist ebenfalls FC Bayern München! Okay! Hab ich verkackt! Ebenfalls eine Weekend-Karte! Ja! Hummels! Hummels! Genau! Ich hab sogar beide! Ich hab Süle und Hummels in Rot! Sehr geil! Sehr geil! Linke Innenverteidiger! Okay! Könnte es eigentlich auch drauf kommen! Entweder schreibst du Kompanie oder Stones! Meiner Meinung! Okay! Ich hab mich für Stones entschieden! Ja! Hast du ihn? Ja! Erzähl weiter! Nein! Nein! Der haut Pope rein! Was nehmen hast du? Ich habe aufgeschrieben! Ähm... Ginter, Stones und Ederson! Du hast Stones aufgeschrieben? Warum hast du ihn aufgeschrieben? Ich weiß nicht! Hä? Wie kommst du auf Stones? Der hat mich voll angelegt und sagt, Genja! Bruder, ne mich! Bruder, ich weiß! Wie kommst du auf Stones? Steht der ganz vorne in der Liste, wenn du aufschlägst? Eigentlich nicht! Uff! Das meinte ich! Das meinte ich! Er ist zu krank, dieser Spieler! Es ist für mich eine Ehre, in der fünften Minute in Führung zu gehen gegen Patovic! Sehr gut! Ja, aber das Spiel ist zu geil, ne? Alter! Mega! Das wird auch problematisch schwierig werden! Spaß! Waaaaaah! Sehr geil! Das ist Karmabu! Das ist Karmabu da! Das ist Karmabu da! Das ist Karmabu da! Das ist Karmabu da! Bitte funktionier! Funktionier! Nee, komm komm! Leute, ich hasse es, wenn ich hier rutsche am Team! Chuba, Chuba, Chuba! Ach dem! Oh! So! So gut! Alter, der Typ ist ja ein Monster! Ja, jetzt aber! Ja! Boah! Wie stark! Marc Martinez! Was der für eine Ballbehaltung hat, ne? Irgendwie kriegt er den Ball da! Das ist doch nicht mehr normal! Das ist... Leute! Wirklich! Das ist so ein geiler Spiel, ey! We go night fever, night fever! We go night to do it! Ich hab gar keinen riesigen Text gesungen, aber ist okay! Fuck! Ist okay! Jetzt komm ich damit an die Anger! Oh no! Oh no! Er ist so groß! Aber Popa, Junge! Oh! Oh Gott! Wie kann man... Ne! Guck dir das mal! Wie viel Glück kann man ein Mensch haben? Oh, 1 Meter oben! Was? Für was? Krass, mein Bester! Es ist gerade mal 41. Minute, ey! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es hat so gut begonnen für dich! Es hat so gut begonnen! Wusstest du, der in die Mitte schießt, wird erschossen? Was? Nein! In der Mitte darf man jetzt hier sein! Ich schieße sonst nicht mal rechts! Aber irgendwie... Weiß ich nicht! Jeder springt rechts und links durch mein Steuerkreuz! Ich verschieße automatisch! Keine Ahnung warum! Du hast das auch gerade richtig stark! Puh! Es tut mir leid! Ja, da war eine Lücke! Ich konnte die nicht verschießen! Ah! Zucker! Drinne! Ja! Was? Nein! Aber er ist auf der... Nein! Anschlusshaft! Zum Ende ist es so kacke! Was ist das für eine Flanke? Alter! Ja! Aber... Wow! Mit dir! Stark! Respekt! Er wollte nur sein letztes Tor für den Verein machen, bevor er fliegt! Das ist doch nicht wahr! Ganz ehrlich! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Dass ich Anschluss halt mache! Alter! Fuck! Mann ey! Komm mal zurück! Denkt man nur 4 und dann nein! Aber auch wieder! Zu krass wie er sich den Ball holt! Guck an! Guck mal da allein! Ja! Der hat so dieses Kämpferherz! Ja! Das nennt man Biest! Guck mal! Es greift keiner an! 9-3 Bruder! 6 Spieler! Und zwei rote Karten! Ja! Also jetzt muss ich auf Zeitspiel machen! Alter! Trotzdem GG! Es ist echt bitter heute eine Verteidigung! Ja! Lack an der Verteidigung! Aber... You know! Das ist das Spiel! Besprech manchmal noch ein Abendgebet! Also... Leute! Alle noch einen fetten Daumen nach oben! Was geht jetzt los? 4 für 2, ne? Ich beginne mal... ... ... sachte! Nehm beide Außenverteidiger! Wer ist das? Wer ist das? Lukaku! Okay! Futhi Lukaku! Ja! Okay! Und... Joseph Martinez! Ne! Okay, ich krieg dafür noch 70.000! Okay! Das ist ja jetzt schon Ripperino! Ja! Bro! So Jungs! Das war's mit der Aufnahme! Vielen Dank, dass ihr da wart! Äh... Wie darfst du noch? Ja! Ja! Ich nehm... Beide... ...Außenspieler! Mittelfeld! Das gibt's doch nicht! Das ist einmal... Chele Malendinov! Ja! Okay! Und mein russischer Panzer mit 155 Spielen! Atem! Ach! Und denke dafür krieg ich 0 Coins! Weil da ein Traitor! Das tut mir echt leid! Ah! Egal was soll die Sache geben! Dann nehm ich... ...den Torwart! Der Torwart! Mhm! Das ist... ...Cillieson oder... ...Cillieson? Keine Ahnung! Cillieson! Ja, das hab ich doch gesagt! Der rechte zentrale Mittelfeldspieler! ...Fellspieler! Hahaha! Ist... ...Schubin! Petit! Haha! Ja! Jaaa! Wie ist Petit? Petit Linke Innenverteidiger! Alter! Alter war das knapp! Bruder! Aber ich mein, du hast heftig abgestoßen, ne? Das muss ich auch sagen! Die ersten zwei sogar gleich, ne? Alter! Lukaku Martinez! Chuba! Du hast eigentlich... Boah! Alle außer... Ja! Bin ich auch! So! Jetzt kommt's zum Schudem Up! Egal ob FIFA 18 vorbei ist! Ja, jetzt kommt Schudem Up auf seinen Kanal! Muss ich Martinez wieder kaufen! Sorry! Aber ja, egal! Es ist zwar Ende von FIFA 18! Ich hoffe ihr habt das trotzdem gefeiert! Wirklich Respekt an Schenner, dass er das ohne Mut mehr durchgezogen hat mit den Discards! Scheiße waren halt von mir Anschluss Hype! Die Stars! Man kennt das! Daumen nach oben! Man wird euch loben! Guckt jetzt unbedingt bei Xenner vorbei! Auch zu FIFA 19! Wird sehr, sehr viel mit ihm kommen! Checkt ihn aus! Abonniert ihn! Und jetzt kommt ein spannendes Schudem Up! Hoffentlich! Schönen Tag! Xenner! Ciao! Hast du noch was zu sagen? Macht's gut! Viel Spaß mit den nächsten Videos von uns! Das war's! Ciao! Haut rein! Ciao!